ich bin seit 45 minuten unterwegs für eine 23 minuten strecke wieso bist du so glücklich wenn du leidest bin ich immer glücklich was geht ab leutung hier smashburger time wir checken zwei läden heute ab schauen uns mal die karte an hier abends special wir haben jetzt abends schade was das pommes und cocktail das bürger was keiner das interessiert mich das ziel bürger ständig wechseln superinteresting ok chicken hier die drinks weil das heißt hier ja smash bürger entbar und was interessant ist das sind so food blogger münchner allgemein blogger machen food aber auch so events dies das august special denkt ihr wir werden auch immer mal groß genug das ist ein monats special von uns gibt der saftig ist der super saftig was haben die hier hausgemachte vegane umami pilz tröfe creme vegan karamellisierten bürger sparen tröfe champignons haussoße lolo bionder big bunder salatblatt fein geschmolzenem fast rio delo käse und regionalen weiteren fleisch so die cocktails mit unserer magischen app 2 für 1 leute ja so muss immer sein egal wo wir hingehen das war's nur erfrischend probier mal oh mein gott ok ist halt geschmackig jetzt nicht der bürger und diese sind schon gut ja die sind ok genau die sind ok die sind gut aber ich vergleiche es mit ich bin sogar ich finde sogar von den drei für nicht den am besten aber peter panel ihr guckt das war eine bombe ja das ist halt der punkt ja so dass der august special ihr wisst leute irgendwann gibt es auch einen von uns wenn wir groß genug sind von munich inside kurs geht aus an die der double chicken der schaut schon echt gut aus ok und mexican fries und da kommen noch mehr bürger von uns das ist der classic leute cheese und dass der secret jeden ich weiß gar nicht wann die wechseln aber man weiß nicht was drin ist es wird regelmäßig gewechselt ok mal rein großer pluspunkt auf jeden fall die bands wurden geröstet die bands wurden geröstet ja ich bin begeistert von den bands leute aber nur weil wir einmal eine sehr große enttäuschung mit bands hatten aber schwächer als anke smash anke smash ist schon top tier also wir müssen mit top tier vergleichen es ist wie wenn du metapha Yogi hast es ist ein gutes rock deck man oh mein Gott ja ok rock deck kann ab und zu überraschen kann explosieren 5 set gallo wie heißt mal pommes mcdonalds fries gefällt mir das ist der überraschungsbewerber sicherlich ja ne das ist der monat ah der monat der ist sehr gut oh monat ist sehr gut meint er ok ich fange auch mal mit dem klassischen an der große vergleich hier sind wir geschmolzen sieht alles gut aus aufpassen dass wir nicht kleckern das brücke alles alles super danke dir ich mag die senden note ja nicht schlecht auf auf jeden fall kann das kann das die bands sind ja ja die bands sind die top das hier war mein burgerhaus die haben sich weiterentwickelt und ihr eigenes ding gemacht jetzt bin ich mal geschmolzen was zu dem sagt das ist er glaube ich das ist der monatswäsche von munich inside ich fand ihn sehr gut wer trüffel mag ja genau gute trüffel note mehr power mehr geschmack als der classic ja sehr schmackhaft auf das radfahrt kann ich verzichten aber sonst ist nicht klar das hat sehr gut gemacht beim ersten bisschen merkst du es nicht so aber die schärfe kommt im nachhinein oh mein gott gut dass wir zwei drinks haben aber ich denke mal für uns beide ist es noch erträglich ok ich bin gespannt wir können ein bisschen schärfer essen als jetzt der durchschnittseuropäer das ist auch anderer käse der ist bisschen fetter zum beispiel ich finde diese scharfe mit burger finde ich jetzt ist keine gute kombi ja zum nachhinein des fleisches schmecke ich fast gar nicht ich schmecke fast nur noch die schärfe ich schmecke fast nur die salat also der monatswäsche war schon sehr delizio der secret war jetzt von den dreien der schlechteste oder der schwächste nicht schlechteste aber der schwächste ist ein gimmick so hey du weißt nicht was drin ist nächstes mal könnte es wieder anders sein hat aber nicht auch gefragt bacon und so weiter ich habe jetzt kein bacon raus geschmeckt er hat es nur so gefragt ach so für die überraschung ah ok weil ich dachte weil er eben gefragt hat in dem war es nicht aber es kann ja sein für irgendein anderes mal ok ach so ist es dann so dass jeder am anderen trinkt oder was oder ist es schon immer der gleiche für den gewissen zeitraum ok also sagen wir wir gehen nächstes monat nochmal her ja dann ist es wahrscheinlich ein anderer ok chicken der ist auf jeden fall ordentlich es gibt zwei saucen in dem burger zwei saucen ja und ich weiß nicht was die unter ist und eine taucht die nicht oder wie ich finde das saison spiel ist gut ok und das Fleisch ist sehr sehr geil es ist auch noch crunchy draußen und innen zart wirklich sehr sehr gut ich finde der kann sogar den monatsfischen gut konkurrenz machen mhm das waren auf jeden fall die zwei toplergeheuer zumindest glaube ich dass es selbst gemacht ist es schmeckt auf jeden fall sehr sehr zart oder es ist gute qualität zumindest also es ist auf jeden fall vom patty her finde ich das besser als zum beispiel diese runden also das war jetzt ein bisschen ja ich sag mal unförmiger heißt es ein gutes wort aber der geschmack von dem ist sehr sehr gut ja und dieses zusammenspiel mit den zersuchen fand ich sehr geil die orangen dann mit der mayo sehr sehr gut also für mich hat es gut gepasst ist gut zu haben so leute wir wollen danach wonderwaffel ich weiß nicht ob ihr das kennt ob das irgendein franchise von auch außerhalb München gibt auf jeden Fall hat der Besitzer mich angeschrieben ich weiß nicht mehr jo schau gerne mal vorbei auf entspannt also privatmäßig so ich muss nicht mal filmen aber natürlich hey free content ich film immer da gehen wir später hin und hat sich gerade herausgestellt dass der chef von wonderwaffel auch hier teilhaber ist hat er uns hier gesehen hat er gesagt hey jo viel spaß später noch aber krasser zufall ja ich habe das für deine zuschauer relevanz aber auch wirklich nett dass er uns das auch für free gegeben hat also der andere boss mit dem ich auf winzer geschrieben habe der hat gesagt auf seinen nacken heute aber man muss betonen wir haben schon alles fertig gedreht bevor wir es wussten also alles was ihr hier gesehen habt ist authentisch gewesen ja Dessert Leute Brownie und Cheesecake seh schon der ist sehr sehr saftig mein der Brownie ähm der ist krass die inahne ist um 1,25% gefallen temale ist um 1,25% gefallen oh mein Gott ist die Meldung gekommen oder was? Den musst du probieren. Der ist sehr, sehr gut. Auch sehr schön angerichtet. Oh, der Junge, der ist ja richtig saftig. Oh, der ist gut. Der ist kass, ne? Oh, der ist sehr gut. Der ist extrem gut. Ja, also der Nutella Cheesecake ist auf jeden Fall... Also nicht, dass der Brownie nicht gut ist, aber der ist halt so. Brownie halt. Schmeckt wie jeder andere Brownie. Der schmeckt nochmal an Top. Der Nutella Cheesecake ist krass. So, nächster Stop, Leute. Wonder Waffle. Auf Wunsch von Dimi. Oh, ist schön hier, Leute. Schau mal, was die haben. Eis natürlich für den Sommer und für die Waffeln. Säfte, Smoothies, Waffeln, Jindaui Boats. Das ist im Hype, Leute. Nicht mein Ding. Aber bestimmt fresh. Hab ich gesehen. Schaut mal, Jindaui Bowl, Leute. Was genau ist das? Ein Acai Bowl, aber mit dem Namen von den Jindauis. Das sind Influencer. Okay, schaut mal, Leute. Waffel mit dem Namen. Oh, Hashtag super saftig sogar. Kurs geht raus. Waffel. Protein Waffel. Eine Kugel Eis. Ein Maxi King Shake. Boah, ich weiß nicht, ob ich den schaffe. Das gab es auch noch, obwohl wir das gar nicht haben wollten. Aber ihr wisst, die wollen noch mehr Produkte zeigen. Aber das geht immer. Das kann man auch mitnehmen. Das ist im Hype. Gönne erstmal mehr. Schaut ganz gut aus, ne? Ne, gut sieht es auch auf jeden Fall aus. Ja. Ich bin nur nicht gerade so in Süß-Stimmung, aber... Ich weiß, ich weiß. Wir haben schon vorher... Und wegen dem Wetter und so, aber... Normal wäre das Endskalier. Ja. Vor allem, die haben eine gute Aussage an Sachen. Die haben Eis, Waffeln, Shakes, Duster, Smoothies. Bowls. Das ist mega gut. Gönnen wir uns auf jeden Fall. Das ist super. Das ist super, sagt halt die Waffe. So, ich bekomme erstmal einen Shake. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ja, ich habe auch zweimal gebraucht. Überraschend. Also, gute Sache. Aber überraschend nicht so mächtig. Weißt du, was ich meine? Weißt du, was mir ein bisschen fehlt an einem Shake? Ja. Der höhere Geschmack von Maxi King. Von Maxi King? Ja. Schmeck ich schon? Ja. Du schmeckst so ein bisschen die Nussnote daraus. Aber ich finde, der... Also, ich weiß jetzt nicht, inwiefern das möglich ist. Aber ich finde, ein Ticken mehr Geschmack ist gut. Aber es ist... Ich finde, es ist nicht so schwer und so süß. Genau, ja. Ja. Dass man davon voll wird. Das finde ich gut. Finde ich auch gut. Ja. Und der ist überraschend. Nicht der Endgegner. Also, ich dachte, von allen Sachen hier, die wir bestellt haben, der Mischik wird uns zerstören. Aber der ist überraschend. Lockerflockig. Der geht runter. Der Mischik. Schaut mal diese Konsistenz. Misch! Misch! Interessant. Ist ein bisschen dicker. Mehr Piss. Mich würde mal interessieren, heißt Proteinwaffe bei denen, dass der Teig auch ein anderer ist? Ja, es gibt einen Proteinteig. Ah, okay. Finde ich gut. Hast du? Wir haben übrigens eine Proteinwaffe. Ja. Ich glaube, es hängt im Geschmack auch der anderen nicht nach. Also, es ist wirklich sehr, sehr gut. Ja. Auch so diese Aufmachung mit Maga Card, dass du noch mal höhere Protein kriegst. Ja. Geht auch klar. Auch der nicht zu mächtig. Richtig. Also. Also, wir schaffen das. Ich hatte... Ich habe schon gesehen, wir schaffen gar nichts davon. Aber, so wie es aufgebaut ist. Milchstack nicht zu mächtig. Waffel nicht zu mächtig. Finde ich gut. Okay. Ich gebe mir so eine Erdbelle. Aber... Äh... Hammer! Mächtig, gell? Das ist ein Poker Schokolade. Ja, tschau. Ich habe das gesagt. Was ist das für eine Eiskugel? Äh... Cookies, glaube ich. Ich hatte sie gesagt. Ich habe gesagt, nimm was du magst. Okay. Wir waren zufrieden, ich hatte jetzt keinen Bock auszusuchen. Ich konnte es jetzt nicht rausschmecken. Aber... Mmh... Ja. Das ist doch gar nicht so gut. Das ist ein schöniger Spot. Ja. Wo man seine Girl hier herbringen kann. Ja. So... Sonntag. Da kann sie sich... Je nachdem. Wenn sie Cravings hat, kann sie sich etwas süßes gönnen. Wenn sie einen auf Gesünder machen will, könnte sie sich so eine Bowl. Poutinewaffel oder so eine Acai-Bowl. Ne, haben schon gute Sachen da. Ich bin überrascht. Und ich finde auch, wie sie die Ausstattung haben, sehr, sehr schön. Die Ausstattung ist auch nicht schlecht. Ich muss ehrlich sagen, der Laden ist voll unter meinem Radar gewesen. Ich kenne niemanden, der hier bis hingeht. Ich kannte den Laden tatsächlich von ein, zwei Leuten. Die haben gesagt, es schmeckt dir ganz gut. Aber es ist jetzt nicht so... Nichts im Hype. Richtig, genau. Obwohl es Hype-Potenzial hat, weil es hat alle Faktoren. Es hat Instagramable Einrichtung. Plus es hat ja diese Kooperation mit den Jindauis. Genau. Der Laden ist sehr, sehr fein. Wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das ist die Filiale... Das ist die... keine Ahnung, wie nennt man das? Die hält die Deckung hier, bei der Filiale. Die Filialeitung, oder? Ich weiß nicht. Ich glaube der, mit dem ich geschrieben habe, der uns Hallo gesagt hat. Hast du keine Ahnung? Okay. Aber da war... Aber da war die Hölle los und sie hat alles unter Kontrolle. Während die anderen zwei... Voll Panik gestimmt. Voll Panik gestimmt. Aber die schon... Die hatte alles unter dem Griff. Das muss man schon anerkennen. Das war's von mir und Dimi. Smashburger waren okay, solide, gut. Jetzt nicht top top, aber kann man gerne immer wieder hin. Vor allem, weil die zwei Specials haben, wofür ich persönlich vielleicht jeden Monat hingehe. Erstens das Monats-Special, aber irgendwie läuft es immer noch und es ist schon September. Ich weiß nicht, mit wem die immer kooperieren. Dieses Mal war es halt ein Münchner Blogger oder Münchner Bloggerin. Kuske raus, die folgt mir übrigens. Also jetzt nicht auf YouTube. Auf YouTube folgt mir kein Mensch, Alter, außer ihr. Kuske raus an euch. Aber auf Instagram folgt die mir. Und dann halt diesen Mysteriösen, der Geheimnisvolle, wo man nicht mal weiß, was drin ist. Am an sich ist es ein cooles Konzept. Und apropos Konzept, witzig, dass dem, also dem Typen, einem Typen zumindest, teilweise der Laden gehört. Und Bubble Waffle oder Waffle House. Oder wer ist der Laden? Irgendwas mit Waffle. Sorry. Wonder Waffle. Wonder Waffle. Eier Nachspeise übrigens. Hat mich sehr überrascht dort. Dieser Cheesecake war klasse. Und Wonder Waffle hat mich auch stark überrascht. Weil ich hatte die ganze Zeit im Kopf, ja hier gibt es einfach nur diese Waffeln. Aber die haben echt alles am Start. Acai Bowl, Jindowi Bowl, Eis, Shakes. Proteinsachen. Digga. Der hat mich positiv überrascht. Aber das war es auf jeden Fall von mir und Dimi. Immer liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos auf. Mir geht auf Instagram, TikTok und meinem nicht aktiven Zeitkanal. Der Mini. Serious Business. Und Ciao. 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 Vielen Dank.